Kobe, eine japanische Stadt mit 1,5 Millionen Einwohnern ganz in der Nähe von Osaka. Neben dem weltweit berühmten Kobe Beef hat die Stadt vieles anderes zu bieten, was ich mir genauer angeschaut habe. Viel Spaß mit dem Video. Ich frage mich morgens nur, warum die Stadt so leer ist. Die sind alle hier unten im U-Bahn-System. Das ist so krass immer wirklich. Das ist hier wie Autobahnen. Ich bin gerade mit dem Zug von Osaka nach Kobe gefahren in Japan. Und heute werden wir uns mal Kobe angucken. Ich bin gerade am Hauptbahnhof, gönnt euch die ersten Eindrücke. Ja, ich bin nach Kobe gefahren, einfach um die Stadt mal zu sehen. Hier kann man auch auf den Berg wandern, da werde ich gehen. Dann gibt es hier Chinatown in Kobe. Ganz berühmt, dann natürlich weltweit berühmt Kobe Beef. Denke ich mal, hat jemand, der sich so ein bisschen mit Steaks etc. auskennt, schon mal gehört. Kobe Beef ist einfach so eines der besten, wenn nicht sogar das beste Steak der Welt. Ist halt aus einem sehr, sehr marmorierten Wagyu. Ich glaube, das werden wir uns aber heute nicht gönnen. Aber mal sehen, vielleicht auch doch. Ist halt sehr teuer, 100 Euro circa für ein Steak. Ja, deswegen mal schauen. Ich bin jetzt in Kobe, gerade aus dem Bahnhof draußen. Das erste Mal für mich richtig in Kobe Innenstadt, weil ich war bereits in Kobe. Das Video verlinke ich euch hier. Da habe ich einen Cheesecake gegessen. Da wollte ich auch Kobe Beef damals essen. Da hatte ich noch Cash, da hätte ich es mir noch leisten können. Aber da war leider jedes Restaurant ausgebucht. Dann habe ich aber so ein Cheesecake gegessen, weil Kobe wohl auch sehr berühmt für Cheesecake ist. Und der war wirklich, der war geistesgestört lecker. Das war so ein leckerer Cheesecake. Kobe ist auch übrigens einer der ersten designierten Städte. Das geht jetzt ein bisschen in die japanische Politik. Aber in den 1950er Jahren gab es halt ein paar Städte, die sozusagen von der japanischen Regierung, ich sag mal, erzwungen wurden. Wahrscheinlich, weil hier auch wenig Platz war und man musste halt irgendwie die Stadtplanung etc. alles unter einen Hut bekommen. Und ich finde, man merkt das so ein bisschen. Ich weiß nicht so, aber hier ist es halt so eng auch. Man kann hier so eine Gondel nehmen, um so einen Berg hochzufahren. Aber ich werde mal versuchen, ob ich das Ganze auch zu Fuß schaffen kann. Ich habe Bock ein bisschen zu wandern durch die Berge und nehme nicht die Gondel. Ich habe eben bei Google Maps gesehen, so lange dauert das gar nicht. Eine Stunde zu Fuß angeblich. Ja, und dann laufe ich mal lang und dann vielleicht gucken wir uns später noch Chinatown an und essen da eine Kleinigkeit. Aber das alles dann zu gegebener Zeit. Auf jeden Fall jetzt erst mal krank so Kobe zu sehen. Kommt einfach das beste Fleisch der Welt her oder eins der Besten auf jeden Fall. Weil immer mit diesem Besten, da weiß ich nicht. Das kann man nie so genau sagen, glaube ich. Ah, da sehe ich auch schon die Gondel. Ihr seht sie, glaube ich, nicht. Da seht ihr sie jetzt? Da so. Da ist die Gondel. Da laufe ich jetzt zu Fuß gleich hin. Und hier Kobe. Ich glaube, hier sieht es auch nachts brutal aus. Ach stimmt, und zum Hafen will ich heute noch. Look at this skyscraper. Ah, hier sind wir jetzt bei Shin Kobe Station. Und da war ich nämlich letztes Mal. Und hier, wir sind da über die Brücke gegangen. Über die hier. Und da drinne war dieses Kaufhaus. Und in diesem Kaufhaus waren dann zwei Kobe Beef Restaurants, die aber wie gesagt beide ausgebucht waren. Das Video, das verlinke ich euch hier in der Infocard. Ja, das war genau hier. Und das war quasi der Teil von Kobe, den ich gesehen habe. Und ich finde, was man merkt jetzt schon direkt bei Kobe, hier ist es wirklich sehr eng. Ich glaube, die Stadt ist flächenmäßig ziemlich klein im Gegensatz zu dem, wie viele Einwohner hier wohnen. Weil das ist eine 1,5 Millionen Stadt. Und ich glaube, die ist wirklich nicht großflächenmäßig. Also es ist sehr interessant. Ich finde halt, man merkt das allein daran, dass dieses Gebäude, ich glaube, das ist ein pures Wohnhaus. Also da sind jetzt keine Büros oder so. Aber das ist einfach ein riesiger Wohnwolkenkratzer. Da weiß ich es jetzt nicht, ob das auch Wohnungen sind. Es ist krank, also wirklich. Also hier sind wenig flache Häuser. In Osaka gibt es halt Stadtteile, wo dann flache Häuser sind. Aber ich habe das Gefühl, hier ist quasi fast jedes Haus irgendwie mindestens 5, 6, 7 stöckig. Ah, und da seht ihr die Gondel. Aber damit werde ich, wie gesagt, nicht auf, einfach eine Stunde zu Fuß. Na, noch mal ein bisschen Geld sparen. Ah, hier ist jetzt so ein Tunnel bei dem Bahnhof. Und hier geht dann schon der Weg los. Ah, und hier, ah,わかりました. Hier sind dann die Wanderwege, die einzelnen. Alter, krass. Wusste nicht, dass das hier so heftig ist zum Wandern. Geil, vielleicht mache ich einen richtigen Wandertag. Mal gucken. Hier geht es los. Ich bin jetzt auf jeden Fall erst mal auf den Weg zu den Nunobiki Falls. Das sind so Wasserfälle. Und das ist echt krass. Guck mal, wie das hier. Hier wohnen noch mal ein paar Leute hier. Krass. Hinter dem Bahnhof sind noch ein, zwei Häuser. Ich komme gerade zurück aus den Bergen und habe beschlossen, dass ich daraus nochmal ein eigenes YouTube-Video mache, weil das so viel Videomaterial war. Ich war jetzt fast vier Stunden da drin. Das kommt dann wahrscheinlich morgen, also nicht morgen, aber so in den nächsten drei, vier Tagen raus. Wenn jetzt zum Beispiel dieses Video halt am Sonntag um 16 Uhr rauskam, dann wird dieses Berg-Video am Mittwoch um 18 Uhr rauskommen. Und das ist wirklich krank sehenswert. Ich habe es natürlich jetzt noch nicht geschnitten und nichts. Aber was ich für Material da gesammelt habe und wie geil das war. Da mache ich jetzt ein eigenes Video und ich laufe jetzt zurück nach Kobe. Und dort werden wir uns mal was zu essen suchen. Ey, da war ich gerade einfach auf den übelsten Trampelfaden drin. Irgendwo da, überall. Also wirklich, schaltet bei dem nächsten Video ein, das ist so krank, was da abging. Boah, ich bin gerade irgendwie echt so von so einem geilen Bauchgefühl erfüllt, dass ich wieder in der Stadt bin. Das habe ich beim letzten Video auch schon in Uji gesagt, dass man so aus Osaka, einer so riesen Stadt, in so einen kleinen Ort fahren kann, wo man einfach so richtig runterkommen kann. Und hier ist es genau dasselbe so. Hier auf der Seite ist komplett Stadt und dann geht man da einfach nur zwei Stunden rein. Und man isst irgendwo im Nirgendwo. Und boah, ich finde das echt geil, Alter. Das feiere ich so sehr. Ich bin jetzt in der Innenstadt und suche was zu essen. Hier so ein Halbding. Halb ist überdacht, halb nicht. Kobe auch eine krasse Innenstadt. Kobe Beef. Steht sogar 2800 Yen. Mit Tags 3000. Das ist gar nicht mal so teuer. Also es sind halt 20 Euro, aber das ist ja grundsätzlich gar nicht mal so teuer. Hier ist die Ikuta Road. Ah, oder wisst ihr was? Ganz unspektakulär gönne ich mir jetzt Ichiran Ramen, weil da kenne ich jetzt schon, wie es abläuft. Zeige ich euch heute mal. Das ist nämlich eine Kette für, ja, Leute, die einfach alleine essen wollen, beziehungsweise sogar für Leute mit sozialer Angst. Ichiran Ramen. Aber halt auch einfach für Leute, die ganz normal essen wollen. Ich glaube, ich muss hier runter. Also eigentlich müsste halt beim Eingang direkt ein Automat stehen. Ja, da ist er. Perfekt. Da sehe ich ihn schon. Und wir nehmen die Standard-Brabe. Ja, komm, ein Ei nehme ich noch dazu. Da habe ich jetzt Lust drauf. Nicht bei 1120 Yen. Dann gönne ich mir noch ein Bierchen. Ja, komm, eins. Weil ich so heute so viel gelaufen bin. Okay, pay. So, jetzt habe ich bezahlt und hier quasi so drei Tickets ausgedrückt bekommen. Und jetzt suche ich mir einen Sitzplatz. So, und jetzt kann ich hier verschieden meine Rahmen bewerten, die ich sie haben will. Ich kriege hier übrigens auch so ein Ding. Hier, da ist es so ein Kabuff. Hier ist die Küche, man sieht aber keinen. Und dann kann ich so auswählen, wie viel Dashi ich will, wie viel Richness die Brühe haben soll, wie viel Garlic, wie viel Green Onion, wie viel Shashu oder ob ich Shashu will oder nicht. Die Spice, Nudel Texture, Medium Soft. Hier kann ich mir ständig Wasser reinmachen. Jeder hat seinen eigenen Wasserspender, kostenlos. Dann hier sind die drei Zettel, die ich habe mit meinen Sachen. Und ich fülle das jetzt hier aus, gebe das ab und dann kriege ich meinen Rahmen hier serviert. Und es ist unnormal entspannt und hier kann ich jederzeit das Personal rufen. So, meine Rahmen sind fertig. Geil. Ich freue mich so jetzt zu essen. Hier sind sogar so Dinger. Da muss man nicht reden. Könnte ich dann quasi abgeben. Klingeln und abgeben, dann wissen die, ah, der ist kurz auf Toilette. Und hier sind auch so Zettel, da kann ich dann mit Bargeld theoretisch hier vor Ort nochmal nachbestellen. Zum Beispiel hier Smoke Flavored Stood Pork. Oder hier Kaidama, ganz berühmt, dass du deine Nudeln nochmal nachfüllen kannst, wenn manche essen quasi die Brühe gar nicht, sondern nur die Nudeln. Kann man hier für 210 Yen. So, jetzt habt ihr gesehen, wie Ichiran-Ramen so abläuft in Japan, die Kette. Und das war jetzt gerade für mich das Perfekte, weil du kannst dir deine Rahmen selber designen. Weißt du, wie du dir den Geschmack haben willst. Ob du ein bisschen mehr Spice, ein bisschen mehr Garlic, ein bisschen stärkere Schweinebrühe etc. Ich finde auch, dadurch, dass man sich selber designen kann, kann man da schon noch viel rausholen. Und es ist dann so eine solide 7 bis 8 von 10. Man wird nicht enttäuscht so, weil ich hatte jetzt ein bisschen Angst, wenn ich jetzt hier irgendwo esse, in irgendeinem Restaurant, dass ich dann mir so denke, boah, nee, weil ich hatte schon krass Hunger und so. Und jetzt mit dem Ei und dem Bier dazu, das war einfach geil. Das war die perfekte Belohnung für den heutigen Tag. Und es ist auch Preis-Leistung ist top. Es gibt natürlich auch irgendwo manchmal günstigere Rahmen-Restaurants, weil das ist, glaube ich, so, hier sind immer so Einheitspreise, so 980 Yen kostet eine Portion Rahmen. Im aktuellen kostet das 6 Euro, die reinen Rahmen. Ich habe jetzt für alles zusammen 12 bezahlt, aber ich hatte ja noch das Ei und das Bier dazu. Und Bier ist immer sehr teuer in Japan. Da kann man nicht meckern. Das ist völlig in Ordnung. Kurbe bei langsamer Nacht. Der Himmel sieht wunderschön aus, so ein leichter Übergang. Dann gibt euch Hotel Königskrone, Kurbe. Das ist echt krass, wie oft in Japan so irgendwo was Deutsches steht. Oh, und auch Daimaru. Das ist so ein riesen, riesen Designer-Kaufhaus. Oh, shit, Leute, da ist Chinatown. Ey, was in Kurbe echt geil ist. Alles ist fußläufig so erreichbar. Also die Stadt ist wirklich flächenmäßig gar nicht so riesig. Bisschen Kür das. Chinatown gehen wir aber gleich noch. Jetzt erstmal geht es zum Hafen, weil da steht ein Gebäude. Das will ich schon Ewigkeiten sehen. Und heute gucke ich es mir endlich mal an. Mal gucken, ob euch es auch gefällt. Deswegen, wir gehen jetzt zum Hafen von Kurbe. Alter, gönnt euch den Hafen von Kurbe. Oh, hier diesen Kurbe-Port-Tower finde ich so krass. Den roten und davor auch das Gebäude. Oh, aber das, also der Port-Tower, das rote oben rechts mit dem Kran oben drauf. Den wollte ich unbedingt sehen. Alter, aber. Digga, ist das geil. Ach, du Scheiße. Ich habe mir jetzt hier mal zum ersten Mal so eine Honey & Lemon. Das ist warm. Das ist so eine Hot Limonade aus dem Automaten gezogen. Boah, das ist echt lecker. Schmeckt aber eigentlich so wie bei uns dieser Pulver-Zitronen-Tee, wenn man einfach Honig reinmacht. Boah, hier mit der Kulisse. Trinkt sich das richtig schön. Alter. Ey, wie geil. Hier spielen einfach so die Jungs Baseball. Das übrigens ein sehr, sehr, sehr beliebter Sport in Japan ist. Ich spiele einfach Baseball über der Kulisse, Digga. Würde ich auch gerne jeden Abend machen. Boah, und hier der Port-Tower auf Fukuoka. Äh, Fukuoka, der N. Hä? Auf Kobe. Alter, sieht das geil aus, Mann. Mein Name ist B. Co. B. Don't wake me up. In son, man, Cisco. Also das habe ich wirklich noch nie erlebt, weil hier gibt es auch so viele Sitzmöglichkeiten, so viel für Touristen auch ausgelegtes. Oder was heißt für Touristen, auch für einfach so Besucher aus der Stadt oder so. Es ist ein sehr, 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 sehr schöner Hafen. Jetzt fehlt nur noch Yokohama. Yokohama soll ja auch ein geisteskranken Hafen haben. Es ist ja quasi der Hafen von Tokio, aber es ist eine eigene Stadt, Yokohama halt. Übrigens ist Yokohama die zweitgrößte Stadt Japans. Boah, da muss ich auch irgendwann noch mal hin. Es soll auch einen sehr, sehr schönen Hafen haben. Und jetzt geht es, wie versprochen, noch mal nach Chinatown. Oh, hier ist schon sehr, sehr viel zu. Dabei haben wir glaube ich 19,30. Ah, hier die Platernen sind richtig schön. Hier gibt es überall diese chinesischen Dumplings. Ich weiß gerade leider nicht den Namen. Im Straßenverkauf. Aber es hat auch echt schon viel zu. Das ist so ein bisschen surreal in Japan, weil auch in Osaka, also in Tokio hat man das nicht, aber in Osaka sind die Läden auch früh zu. Also man denkt immer so, das sind so Städte, die niemals schlafen, aber dann ab irgendwann ist es dann doch leer. Boah, hier den Pavillon, den hatte ich gesehen im Internet. Das sieht geil aus. Ich habe mir die jetzt hier geholt für 500 Yen. Geile Kulisse hier in Chinatown. Oh, mit Musik. Boah, ich wette, die sind so heiß. Das ist direkt auf meine Kamera. Sehr lecker. Boah, diese Dumplings sind krank. Da ist übel viel Suppe drin. Dann dieser Fleischklumpen und alles so richtig schön. Umami. Geil. Schmeckt echt lecker. Freunde, danke euch fürs Zuschauen. Ich habe noch einen geilen Clip für euch jetzt. Das war's vom heutigen Video. San Francisco. Hier oben kommt ihr jetzt noch zu einer Japan-Playlist, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Und hier unten kommt ihr zum ersten Medium meiner zweiten Japan-Reise. Auch übertrieben geil. Vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein, Freunde. Genau.